Rund 45 Jahre Motorsport trafen sich am 7. Oktober 2017 am Red Bull Ring. Der Veranstalter Roland David organisierte wieder und das schon zum siebenten Mal das Ventilspiel unter dem Motto Motorsport wie damals. Über 200 Teilnehmer und tausende Zuseher erlebten bei freiem Eintritt einen Traumtag des historischen Motorsports. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk. Der Veranstalter Roland David. Der Veranstalter Roland David. Historische Formel und Tourenwagen lieferten sich in insgesamt vier Trainings und zwölf Rennläufen spannende Duelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017